Beim, beim Killer, beim Killer ist das ja nix, nix Neues, er macht ja eh immer Soft Control, von daher. Ja, wenn du dann sagst, Svordi. Ja, du musst, du musst es ja wissen, Svordi. Ja, ich weiß. Also ich muss sagen, ich find's wesentlich schlimmer, dass die Killer wissen, was ich mache. Ja, bei mir genauso. Dann würd ich sagen, was du machst. Äh, du, ich treu damit, äh, Frank-1-Killer. Und der Killer steigt instant hinter, äh, es ist komisch. Ich treu jeden Killer, das ist mir egal, weil die Punkte sind mir vor, vor dem Team egal. Ich bin mal neben einem Killer gestanden und hab mich kackensreiß geheilt. Der schaute mich an, drehte sich weg, schaute mich an, drehte sich weg und ging weg. WB, John. Obwohl ich keine zwei Minuten davor gesebexed hab. Na, so hat der Morrow in Papp. John Dufon, welcome back. Johnny! Ah, Tim. Er wollte so gern mitspielen und dann, äh, hat ihn seine Frau, seine Verlobte entführt in Papp. Ja. Oh, mir schau. Hey, hier ist ein irisch Papp. John, du hast es gut. Du musst diese Chaoten hier nicht ertragen. Ja, ein Ziggy-Pause, okay. Also, äh... Hey, Johnny, mal ein Ziggy-Pause vom was? Von trinken. Vom trinken oder vom Spiel? Von trinken, also ein irisch Papp. Ja, ohne heißt ja gar nix. Ja, okay, ist stimmt. Bei dir, wie du meine genug getankt hast, nimmst du auch eine Frau auf den Tisch. Verstehe. Blell. Würde ich machen. Ich auch davon abziehen. Läuft bei euch beiden! Ja... Was denn? Ja, dann Johnny sagt ja... Ja, John. Ja, John. Ist doch nicht tragisch. Mach mal dann am... Am Dienstag, alles gut. Wer hat denn da schon wieder unready gemacht? Lass doch mal ready, man! Ey, ich... Nicht machen, weil du haste mit, ähm, den Host mit raus. Ja, vorm... Muss man wieder auf neue Suche machen. Deswegen stehen wir ja so lange hier rum. Aber was mich frag grad eben... Irgendwie komm ich mir grad in dieser Runde als Außenseiter vor. Wieso? Seht ihr das? Clued, 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 Clued... Irgendwie pass ich da nicht so rein. Ja, nimm den scheiß Schlüssel weg. Warum? Ne, ne. Fack mit der Schlüssel weg. Ne! Warum? Alles gut, alles gut schon... Wer hat... Oh, alter, euer fucking ernst. Oh, Swordy, hör auf mit dem Blödsinn jetzt. Lass einfach ready, weil wir kommen automatisch wieder an den Ende der Wartes... Oh, ans Ende der Warteschlange. Ja, das ist scheiß egal. Ne, ist es nicht. Wieso, wieso... Ich muss mir das ja kurz erklären, Swordy. Warum sagst du mir, ich soll einen Schlüssel mitnehmen? Dann sagst du okay, dann machst du kurz auf unready, und dann machst du Cracker. Ich hab dir gesagt, du sollst kein... Okay, Dienstag, Swing einfach Saiki dazu, dann hab ich wenigstens zwei Targets. Wow! Ja, kein Ding kriegen wir hin. Ja, Dienstag hab ich ja wieder meinen normalen Stream-Tag, genau wie heute, also von daher kriegen wir schon irgendwie hin. Warum soll ich den Schlüssel weg? Ich hab kein normalen Stream-Tag wegen meiner Arbeit, aber Dienstag sollte gut bleiben. Dann erklärst du mir Applaus 7. Ja, ich fang ja sowieso erst so gegen 17, 18 Uhr an, also von daher passt das, denke ich. Weil du wahrscheinlich einen Addon drin hast, um Bond zu ersetzen. Kleiner Lacker. Was mitnehmen? Bond? Du hast wahrscheinlich einen Addon drinne, was dir Bond ersetzen würde, solange der Schicksal ist. Ich hab Bond dabei. Ich hab sogar Objekte der Besessenheit dabei. Also Dienstag Multi, perfekt. Ja, schauen wir mal, ne? Du brauchst es gar nicht versuch. Ja, sieg mal. Lobby! Nur weil ich hier wieder unready und ready gemacht habe. Wenn Saiki Zeit hat dafür, machen wir das. Denk ich mal, kriegen wir hin. Und Swing, wenn, dann würde ich ihr Dings mit dem Grün-Schlüssel, den ich packen. Und dann würde ich das dann aufpacken. Das würde ich nicht erzählen. Ach, warte mal. Du wirst mal kurz wirksam machen. Weil das ist definitiv ein richtiger Schlüssel für die Luke. Ja, 30 Sekunden. Was? Aber ich hau jetzt zu euch noch 15 Sekunden drauf. Das heißt, ihr habt 50 Sekunden Zeit reinzudornen. Wenn offen ist. Ja, aber dann müssen wir sowieso erstmal die Gents machen. Deswegen sollte einer eine Karte mitnehmen, oder? Der hat Zeit zu haben. Karte? Für euch beiden? Für dich und dir? Ich will nicht hinfahren. Ist egal. Ich opfe mich nur für die Karte. Nimm die Karte nicht mit. Wir brauchen das nicht. Ja, schmieren einfach bei den beiden ab. Du hast dann zwei Survivoren. Ich fahr mich extra für dich. Dann lass sie leiden. Okay, sind du beleidig. Ich kann halt Schlüssel mitnehmen. Ich muss kurz. Ich muss leider Gottes. Ich muss leider Gottes. Ich muss leider Gottes. Ja. Muss ich mal nicht die spielen. So, Schlüssel hat sich gerade erledigt. Was? Facebook? Ich bin interessant. Saiki. Wie ihr sagt, ne? Bleib fern von mir. Wenn ich dich sehe, dann muss ich weg von dir. So heißt du. Ich kann dich nicht bei dir abschmieren. Ich weiß eh, dass ich erster bin. Von daher... Ja, ja. Also... Oh, das ist ein Geier. Ich würde den Killer definitiv an dir abschmieren. An mich? An Season. So, an Season mache ich hier locker. Kriege ich. Ich suche ihn schon. Nur kein Ding. Ich bin Mob bei Saiki. Der hat zu hören. Läuft bei dir, John. John muss... Er ist Mob. Mob, Mob. Ah, schön. Nee, jetzt kriegen wir die. Yeah. Geile Band. Chaka, chaka, chaka. Bitches. Oh, schade. Ich bin in die Obsession halt. Arsch. Und wir haben einen Trapper. Und der hat... Dings drin. Ja, drin. Wer ist denn das? Oh, ja. Easy. Hier bin ich. Mehr. Mann. Ich zeig dir aber, wie jetzt... So geht's besser. Gibt's das? Nicht! Oh. Trini, nicht du! Nein! Hier. Alles gut. Alles gut. Get back! Oh, er ist um. Schade. Ja. Und die klopzt sein weg. Zeiki, wo bist du? Da ist er ja. Komm her! Ja, fein. Da, da, da. Da, da, da. Der eine ist nicht gerade. Das war ja wohl nix, du kleiner. Der hat Presence drin. Für die kleinen Skillchecks. Ne, Jun. Hast du nicht gemacht. Autsch. Hab ich's gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Gut. Oh, fuck off. Ist ja immer um der Presence drin. Wie ihr lästliche Truhe. Ja, weil ich mich hier... ...failt geheilt habe. Ne, direkt. Oh, du kommst nicht mehr. Tju! Tju! Wau. Wau. Das ist die erste kleinen Skillchecks, die zu rester, die denn ist nicht? Ja, das ist natürlich etwa. Immer am Aufblick kleidest. Ja scheiße. W系, ja! Du! Du hast, ernsthaft, kein Borohutan dabei! Also, die Schlopfe. Ab! hab ich gewöhnt ich würde sagen ich war das mal hängen also wir haben jetzt hier also leute wir haben jetzt offenbar ein red gegen blue match so kann ich die da jetzt hat er nicht gemacht so warte mal kurz zeki kämpfte dich nein ja komm zeki ich beschütze dich ja red gegen blue ne ja ja genau ich beschütze Da heilt sich einer, du Pfeife! Guck doch mal hin! Na, geht doch! Ja, GG, Saiki! Ja, GG, GG! Dat war mal ne Fail-Palette vom Feinsten wieder mal! Njuuu! Komm mit, 2 HP! Keine Trennung! Nein, weiße Rebstung! Und, 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 und! Ah, Mist! Der liegt der immer noch nicht im Boot! Noch nicht! Jetzt! Jetzt liegt der endlich auf der Fresse! Ja, hier! Wo macht man den, Mann? Wisst ihr, was toll ist? Verdammt! Verdammt, der Darregung! Fein! Da ist der immer nur Präsenz drin! Ha, komm jetzt hier! Saiki? Das geht, das geht so! Ja! Nee, nee! Weil du den da gemacht hast! Saiki! Saiki, rette mich! Was? Saiki, hilf mir! Saiki, hilf mir! Saiki, hilf mir! Sieh, 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 sieh! Nein! Als wenn du mich gesehen hast! Als oft du mich gesehen hast, Boy! Wie hast du mich denn bitte da angeblich gesehen, Pfeife? Hat er nicht gemacht! Bleib mal hier! Im Leben nicht hast du mich gesehen! Im Leben nicht! Alter! Alter! Alter gesehen! Du meinst! Du! Oh Gott, Mann! Nicht die, du leid, ich kann euch kein Fan! Boah, du musst da eigentlich so lange machen! Saiki, hilf mir! Killer! Komm mal her! Ja, wir müssen mein Team gehen! Killer, schau mich an! Ich bin hier! Killer! Ich habe das! Na egal, mach doch die Beine, die Wutter! Ich zieh! Ich bin hier! Ja! Ich bin hier! Ich bin hier! Du weckst da! Hat er nicht gemacht! Hab ich gemacht! Du hast mir die Pfeil der Blockiert, also blockiere ich dir die Pfeil der Haube! Was ist denn hier? Ey, du bist denn! Das ist ja voll müde! Ich fange aber gleich dort! Wo ist er denn? Wo ist er, Kippe? Ja, siehs nieg schonmal, das muss auch mal! Das hängt schon zweimal, das muss auch mal bedenken. Er hat dich verloren, er hat dich verloren. Ich weiß. Er hat die kleinen Pugetsch. Willi, wo bist du denn? In dem Stand? Ich bin oben. Nein, gut, ich komm hoch. Du bist die Punkte, nicht die Antimation. Ja, ich... Hallöchen. Das... Ich geh mal noch raus. Gidi, deine Hände sind so schön sanft, das glaubst du gar nicht. Wer kann, der kann, ne? Hat er nicht gemacht. Ich mach einen ordentlichen Skillcheck, unser Ike verkackt. Läuf bei ihm. Guck mal, aus dem Fenster raus. Oh, da kann ich da hin. Okay, zu wissen. Gut zu wissen. Gidi, geh mal weg von mir. Scheiße, ich bin tot. Oh, Scheiße. Das ist nicht so gut. Ich hol mir kurz den Keller. Nein! Seiki, Seiki, überlebe. Ich komm schon, ich komm schon. Nee, 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 nee. Sprich, nicht, sprich, nein. Blödsinn, ja, aber nicht den Keller. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bring ihn raus, bring ihn weg. Weg, weg, weg. Bring sie weg. Äh, ihn. Will? Geh weg, du bist so langsam! Ja! Lass mich! Scheiße! Ich glaube in dir! Oh mein Gott! Heute leicht bekloppte Streamen willkommen dazu! Nein! Wow! Wow! Zecky, ich kann dir nicht helfen! Zecky, ich kann dir nicht helfen! Hier! Scheiße! Ich auch nicht! Ich! Wieso? Also Traps bei dir? Weil das kann! Welches bin ich eigentlich jetzt? Red oder Blue? Gute Frage! Die sind Red! Okay! Jetzt farmt er dich ab! Nee, ich bin kein Arsch! Ein bisschen, aber... Könntest du vielleicht einen Hit für mich fangen? Nee, kann er nicht! Komm, 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 klar! Nein! Er hat dich jetzt nicht ge-grabbt! Der hat mich ge-grabbt, du schloppe! Was? Der hat mich ge-grabbt, obwohl ich schon drüber war! Mist! Scheiße! No! Wow! Taschenlampe leer! Ahch, Mann! Aaaaah! Ahch, Mann! Hi, Cordy! Ciao, Cordy! Ahch, Mann!